Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 08.06.2019 mit dem Tiger nebendran. Sag mal was Tiger. Hallo. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich bin's, der Tiger. So, der Tiger, genau. Und ich bin ab sofort ein Wolf. Du bist kein Wolf, du bist immer noch der kleinste Waschberg. Kommentar stand, ich bin ein Wolf. Du bist ein kleiner Waschberg. Ich bin ab sofort jetzt ein Wolf. Du bist ein kleiner Waschberg. Du bist und bleibst ein kleiner Waschberg. Schauen wir mal in den neuen Shop rein. Waschberg. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich zum Wolf geworden bin. Du bist kein Wolf. Du bist ein Waschberg. Ich bin ein tierisches Tier. Leute, ich zeige übrigens die Beschreibung von diesem Waschberg. Fluffo ist ein entzückender Panda. So, das wird gecuttert hier. Nein, wenn du das rauskannst, dann gibt's Ärger. Also wir gucken jetzt hier rein. Wir haben nach wie vor von gestern dieses geile Set hier Gewitter und Blitz. Und dann haben wir den Sturmblitz und Sturmauge. Was redest du? Und dann haben wir das hier neu. Dieser Kabuto ist drin. Dann haben wir das extra terrestriere als neuen Emote. Also wir fangen jetzt mal auf der linken Seite an. Das hat keiner verstanden. Aber wir fangen jetzt mal an. Doch, das hat jeder verstanden. Das hat nicht mal ich verstanden. Ja, du verstehst sowieso nichts. Junge, du nervst. So, also wir gucken jetzt hier rein. Ich hab die gestern schon mal wertet. Jetzt gib du mal deine Note dafür. Ja, du. Was sagst du denn da? Ja, du willst sogar nicht schlecht abgeben. Doch, sag. Soll ich abgeben? Ja, hau raus. Was? 2 von 10. What? Ja. Findest du die Star Trek Lady so schlecht oder was? Ja. Ehrlich? Guckst du Star Trek? Ich mag Star Trek. Ich nicht. Boah, tiefe Noten. Alter. Du weißt, dass ich gestern bessere Noten dafür gegeben habe. Was habe ich denn hier schon wieder für ein komisches? Also. Haben wir 3,85 von 5 bei 13 Votes. 20 Reminders. So, dann gehen wir zum nächsten Item. Das ist der Gewitter. Was für eine Note gibst du denn dem? 8 von 10. Dem gibst du 8 von 10. Das ist der Tempest. Und der Tempest hat hier ein Voting von? 4,43 von 5 bei 23 Votes. 11 Reminders. Hä? Dann sind wir hier auch schon durch. Dann geht's da rüber zu dem Sturmblitz. Wie findest du denn diese Picke? Die ist geil. Ich find die auch Hammer. Ich hab meine Noten schon gestern abgegeben. Nein. So, da gibst du 9 von 10. 2 von 10. Das ist der Sturmbolt. Und der Sturmbolt. Und der Sturmbolt. Sturmbold. Nicht Sturmbold. Was ist denn mit dir los? Der Sturmbold. Was für ein Sturmbold. Was für ein Sturmbold. Was für ein Sturmbold. 3,9. Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Was für ein Sturmbold. Bitte was? Das ist der große Kobold. Das ist der große Bruder vom kleinen Kobold. Das ist der Sturmbold. Der Sturmbold. Kennst du nicht den großen Bruder vom kleinen Kobold? Es gibt den grünen Kobold und es gibt den Sturmbold. Junge. Alter, Junge. Der Sturmbold. Der Sturmbold und nicht der Sturmbold. 3,92 von 5 bei 13 Votes. Einen Reminder nur. Wundert mich so ein bisschen. Dann sind wir bei diesem mega geilen Gleiter Sturmauge. Hatte ich ja auch gestern schon vorgestellt. Was gibt es in dem eigentlich für Note? 9 von 10. 4,38 von 5 bei 13 Votes. Ein Reminder. Ein Reminder. So, sind wir auch hier schon durch. Jetzt kommen wir zu dem Shogun. Ja, er kriegt von mir 7 von 10. War ja schon oft genug auch ein. 8 von 10. 3,91 von 5 bei 56 Votes. 159 Reminders. Das letzte Mal im Shop. Vor 64 Tagen am 5. April. Klingenbiss. Und Jawblade hat hier ein Moting von 3,75 von 5 bei 16 Votes. Am 18. November 2018 ist es erstmal drin gewesen. 6 Reminders allerdings nur. Und auch vor 64 Tagen das letzte Mal im Shop. Für 800 V-Bucks. Klingenbiss. Kabuto für 800 V-Bucks. Finde ich mega geil das Ding. Klingenbiss. Kriegt von mir 9 von 10. Okay, das ist nicht von mir 8. Da haben wir ein Voting. Von 3,79 von 5 bei 14 Votes. 12 Reminders. 12 Reminders. Genau. Und seitdem, ich denke auch schon wieder 64 Tage. Ja, genau. Es sind auch 64 Tage. Das war das komplette Set gewesen dann. Ja. Ja, dann sind wir bei den Daily Items angehängt. Ist das noch die Wettbewerbsstufen? Nein. Also, nicht wirklich. Golfschläger für 500 V-Bucks. Das Teil... Ja, was soll man dem geben? 5 von 10 kriegt er von mir. Driver 6 von 10 kriegt er von dir. Da haben wir hier ein Voting von 3,29 von 5 bei 7 Votes nur. Am 14. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 9 Reminders seitdem. Das letzte Mal. Oh, wann? Ja, war ja nur einmal drin. Vor 55 Tagen. Am 14. April. Genau. Der April ist schon zu und zu. Salto-tastisch. Yeah. Für 500 V-Bucks, das Teil, kriegt von mir 8 von 10. Du hast ihn damals hier gekauft. Ja, inzwischen kriegt er von mir 8 von 10. So. Flippin' Incredible. Genau. Ja, das ist ja auch mal ganz interessant, wie man so teilweise in der Zwischenzeit dann die Sachen anders sieht. Also 3,53 von 5 bei 17 Votes. Am 21. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem siebenmal 17 Reminders. Und das letzte Mal im Shop. Vor 101 Tag. Am 27. Februar 2019. Der 27. Februar ist schon 100 Tage her. 101 Tag. Ja, Wahnsinn, ne? Der Psyon sieht mir ziemlich doof aus, oder? Findest du auch, ne? Also 0 von 10. Naja, 0 von 10 finde ich jetzt. Also das ist ja grausend. Also das finde ich jetzt total übertrieben. 0 von 10. Also von mir kriegt er 5 von... 4 von 10. Ich finde ihn auch nicht so toll. Ja. Und... Und da haben wir ein Voting von 2,36... 2,3 wären bei uns 2 Punkte. 2,365 bei 11 Votes, genau. So. Und da haben wir... Die ganze Zeit der Wolf. Ja, solange ich das ja noch bin, dann bin ich der Wolf. Aber wenn du es dann bist, dann bist du wieder waschbar. Oh, ja. Raus hier, raus hier. Ich will... Du willst wieder waschbar sein, ne? Mein Wolf will ich sein. Bist. Ey! Ey! Wieso jetzt? Du bist kein Wolf. Aber das stand in den Kommentaren. Ich bin ein Wolf. Du bist kein Wolf! Ich bin ein Wolf. So, guck, guck, ich bin ein Wolf. So, also. Ein Wolf ist ja viel aggressiver als du. So, also. Dann haben wir hier den... Also jetzt, da waren wir jetzt schon durch, genau. Dann geht es weiter mit dem Birdie. Und sag, wer macht den Wolf bitte... Das macht der Wolf, der heult er nicht. Ja, du kriegst mich jeden Tag zum Heulen. Fahrt von der V-Bucks, der Birdie... 6 von 10. Was kriegt denn der Birdie von dir? 3 von 10. Du bist aber auch... Da kriegen wir wieder... Da sind gleich wieder 10 Abonnenten weg. 3,42 von 5 bei 24 Votes am 14. April 2019. Das ist erstmal drin gewesen. Zweimal seit dem 17. Wir meinen das. Dann sind wir bei dem neuen Emote angelangt. Extraterrestrial, also außerirdisch. Für 500 V-Bucks. Du hast schon seit Epic Games Kontakt zu Aliens aufgenommen und den gemacht. Also ich finde den ja richtig cool, muss ich sagen. Also von mir kriegt der Extraterrestrial 9 von 10. Ich finde den ganz cool. Oder ist das 7 von 10? 7 von 10. Gucken wir mal, ob wir da schon ein Voting haben. Nee. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dir meinen Daumen noch um. Doch, doch, jetzt ist ein Voting da. Jetzt ist ein Voting da. Gucken wir mal ganz kurz hier. 3,67 von 5 bei 3 Votes und 18 Reminders. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann... Daumen mal um, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein. Wenn es wieder heißt, Fortnite-Tedyshow mit uns beiden. Bis daran und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.